Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Also, wenn ich etwas tun kann, Sandra, leg bitte deine Hände nicht da drauf. Das macht Flecken. Ging's dir gut? Ich bin etwas nervös. Wir fahren zu einer Beerdigung, Wichser! Ein bisschen mehr Respekt! Pena, alles klar. Beruhige dich. Möchtest du einen Tee? Tee vermag sehr vieles, Jane. Aber die Toten bringt er nie zurück. Du kannst nicht einfach abtun, was wir hatten. Es war eine Nacht. Es war ein schlimmes Missverständnis. Ich war total abgefüllt. Es war mir egal, wer es war. Und was machst du nächstes Wochenende? Ja, nimm eine davon, dann fühlst du dich besser. Das Valium, das du Simon gegeben hast, ist eigentlich kein Valium. Ah! Es ist ein halluzinogenes Gemisch. Ich glaub, ich werd verrückt. Warum sind denn meine Hände so groß? Ah! Ah! Aufregend, nicht wahr? Was? Für eine Beerdigung, meine ich. Siehst du den da drüben am Tisch? Siehst du? Kennst du den eigentlich? Er starrt mich die ganze Zeit an. Ich hab ein paar Fotos, die ich Ihnen zeigen wollte. Das ist ihr Dad, kostümiert als römischer Centurio. Daniel, ich habe George gerade erzählt, dass dein Dad damals, als wir noch Jungs waren, wahnsinnig gern mit uns allen zum Nachbaden ging. Alles Gute! Je steu! Ich hab ein paar Fotos, was ich? Nichts, nein! Onze war ja, es war ja, was ich hier nuevo. Jan. Ich war ja, das war ja. Ich war ja, ha. Und ich war ja, es war ja. Und da war ja, was mir war ja, immer wieder da war ja.